Was ist die erste Lerneinheit des Faches Grundlagen des Marketing? Was ist die Lerneinheit des Faches Grundlagen des Faches Grundlagen? Was ist die Lerneinheit des Faches Grundlagen des Faches Grundlagen des Faches Grundlagen des Faches Grundlagen? In den letzten Jahren hat sich das Marketing von einer unterstützenden Funktion zu einer der wichtigsten Treiber des Unternehmensfolges entwickelt. Und das wird in dem Statement von Management-Guru Peter Drucker sehr anschaulich deutlich. Jedes Geschäft, jedes Business, egal in welcher Branche ich mich befinde, hat grundsätzlich immer nur zwei Funktionen, die von Bedeutung sind. Marketing und Innovation. Wieso braucht ein Unternehmen heutzutage Innovation? Die Antwort liegt auf der Hand. Wenn ich mit einer Innovation am Markt, also einem Produkt oder einer Dienstleistung, die innovativ, die neu ist und auf entsprechende Nachfrage trifft, erfolgreich bin, dann werden diese Innovationen immer in kürzester Zeit kopiert und auch diese Produkte und Dienstleistungen werden noch weiterentwickelt und unter Umständen, oder meistens ist das der Fall, zu günstigeren Preisen auf den Markt gebracht. Das bedeutet für ein Unternehmen, welches innovativ ist, welches Marktführer ist, immer nicht stehen zu bleiben, sondern Produkte, Dienstleistungen weiterzuentwickeln, also kontinuierliche Innovationen zu betreiben, weil es sonst eben von Wettbewerb eingeholt bzw. auch überholt wird. Deswegen ist Innovationsorientierung für jedes Unternehmen jeglicher Branche überlebenswichtig. Marketing ist deshalb von Bedeutung, weil ich diese Produkte natürlich nicht nur vermarkten möchte, sondern Marketing, darüber werden wir noch sprechen, meint, alle Unternehmensaktivitäten auf den Markt und den Kunden auszurichten, mit dem Ziel, dessen Bedürfnisse besser zu befriedigen als der Wettbewerb. Und das wird in diesem Zitat von Sino Davidov anschaulich und wunderbar deutlich. Sino Davidov hat verschiedene Produkte entwickelt. Eine der erfolgreichsten Produkteinführungen aller Zeiten war die Markteinführung von Davidov Cool Water. Bei Düften ist es so wie mit Schallplatten und Büchern. Jede Woche kommen praktisch neue Düfte auf den Markt und eine der erfolgreichsten Produkteinführungen war eben Davidov Cool Water. Und als Davidov dafür den Marketing Award of the Year von der Financial Times verliehen bekommen hat und interviewt wurde und die Frage kam, könnten Sie bitte die Marketingstrategie hinter Ihrer Produkteinführung erläutern, antwortete er einfach nur, Marketing, ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen, ich weiß gar nicht, was Marketing ist. Ich habe immer nur die Bedürfnisse meiner Kunden besser befriedigt als meine Wettbewerber. Und schauen Sie genau, das ist Marketing, darauf kommt es an. Und dann ist Marketing in der Lage, wenn ich alle Unternehmensaktivitäten auf den Markt und den Kunden hin ausrichte, das Unternehmen und den Unternehmenserfolg signifikant positiv zu beeinflussen. Ein Beispiel habe ich Ihnen hier mitgebracht. Wenn Sie jetzt die beiden Motorräder hier vergleichen, Harley-Davidson, Softail Fatboy auf der einen Seite und die Yamaha Wildstar und ich mir die charakteristischen, funktionalen Eigenschaften der Produkte anschaue, dann sehe ich, dass die Harley-Davidson in vielen Bereichen schlechter abschneidet als die Yamaha. Nichtsdestotrotz ist das Unternehmen Harley-Davidson in der Lage, annähernd doppelt den Preis aufzurufen, den Yamaha für die Yamaha Wildstar verlangen kann. Woran liegt das? Was verkauft Harley-Davidson eigentlich? Verkaufen die ein Motorrad? Eher nicht. Die Marke Harley-Davidson meint gewisse Assoziationen, die damit verbunden sind. Man spricht im Marketing von der sogenannten Customer Value Proposition, ein Nutzenversprechen der Marke an den Kunden und das ist eigentlich das, was das Unternehmen verkauft. Harley-Davidson verkauft also weniger primär Motorräder als vielmehr ein Lebensgefühl, welches sich zusammensetzt aus verschiedenen Werten, also Freiheit, Unabhängigkeit, Individualität, Abenteuer, die große weite Welt. Und das ermöglicht praktisch dem Unternehmen über diese Marketingkampagne den doppelten Preis von dem Wettbewerbsprodukt aufzurufen. Marketing ist also in der Lage, Präferenzen zu schaffen für Produkte und Dienstleistungen. Selbst wenn die Produkte kopiert werden, die funktionalen Eigenschaften nochmal sind ja bei Yamaha besser. Auch das Design dieser beiden Motorräder ist ähnlich, kann also kopiert werden. Das Einzige, was nicht kopiert werden kann, ist die Marke und die emotionale Aufladung, die die Marke mit sich bringt. Wie hat sich Marketing überhaupt entwickelt in den letzten Jahren, beziehungsweise wie ist es zur Marktorientierung der meisten Unternehmen gekommen? Zunächst einmal mit der Intensivierung des Wettbewerbes wurde eine zunehmende Marktorientierung immer wichtiger, immer bedeutender. Angefangen hat alles mit einer sogenannten Produktionsorientierung. Es war Anfang der industriellen Revolution, die Zeiten von Henry Ford und der Fließbandproduktion von dem sogenannten Ford T-Modell. Damals richteten Unternehmen alles auf die Produktionskapazitäten aus. Also das Ziel bestand darin, Produktionsprozesse effektiver, effizienter zu gestalten, kostengünstiger abzuwickeln. Und das gelang Henry Ford. Damals war es aber gar nicht so wichtig, die Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Henry Ford hat einmal gesagt, meine Kunden können das Auto in jeder beliebigen Farbe bekommen, Hauptsache die Farbe ist schwarz. Das heißt, hier wurde überhaupt nicht auf den Kunden irgendwo eingegangen oder abgestellt, auf verschiedene Wünsche in Bezug auf Ausstattung oder Farbe. Es ging einzig und allein darum, der primäre Fokus bestand darin, alles auf die Produktion auszurichten und diese zu optimieren. Der nächste Schritt war die sogenannte Produktorientierung. Also nachdem das maximale Potenzial mehr oder weniger aus der Produktionsoptimierung herausgezogen war, erschöpft war, fokussierte man mehr auf die Produkte. Das heißt, man glaubte, wenn man die Produkte nur gut genug macht, in einer hohen Qualität, in gleichbleibender Qualität, dann würden sich diese Produkte automatisch verkaufen. Heutzutage ist es nicht mehr so. Das zeigt die Erfahrung der Unternehmen. Ein gutes Produkt alleine genügt nicht mehr, weil es gibt einfach zu viele Produkte am Markt, weil es zu viele Wettbewerber gibt. Das führte zur sogenannten Verkaufsorientierung als nächste Stufe in der Evolutionsgeschichte des Marketing. Und die Unternehmen fokussierten da sehr stark primär auf den Verkauf, auf den Vertrieb. Das heißt, man versuchte, die Produkte, die man herstellt, mittels aggressiver Verkaufspromotions, mittels aggressiven Marketings, aggressiver Werbung in den Markt zu drücken. Man spricht von einem sogenannten Push-Approach in diesem Kontext. Und erst in der neueren Zeit, zumindest theoretisch gesehen, sind Unternehmen dazu übergegangen, alle Aktivitäten auf den Markt auszurichten, also wirklich originäres Marketing zu betreiben, was sich hinter diesem Wort verbirgt. Ich sage eigentlich, weil in der Realität oftmals noch der Vertrieb das Marketing dominiert. Unternehmen sagen zwar, dass sie Marketing betreiben, aber in Wirklichkeit versuchen sie nur, die Produkte des Unternehmens, also die Produkte, die sie herstellen, mittels aggressiven Marketings zu vertreiben. Das heißt, die Produkte des Unternehmens, hier auf der Folie ist das schön zu sehen, stehen im Vordergrund, das Hauptaugenmerk liegt darauf. Und dann versuche ich natürlich auch mittels Marketing, also mittels Werbung, die Produkte zu verkaufen. Marketing meint aber viel mehr. Ein originärer Marketing-Einsatz meint, wie gesagt, wie das im Zitat von Dino Davidov auch schön zum Ausdruck kommt, alle Unternehmensaktivitäten auf den Kunden auszurichten, mit dem Ziel, dessen Bedürfnisse besser zu befriedigen als die Wettbewerber. Das heißt, die Kundenbedürfnisse und Wünsche sollten im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen. Und dann sollte mittels entsprechender Marketing-Maßnahmen auch das Produkt an den Markt gebracht werden. Nochmal, der Unterschied zwischen einer Verkaufsorientierung und einer Marketing-Orientierung besteht in der Ausgangslage. Bei einer Verkaufsorientierung versucht das Unternehmen, die Produkte, die es im Portfolio hat, zu verkaufen. Bei einer Marketing-Orientierung versucht das Unternehmen, zunächst mal die Produkte zu entwickeln, die es nachher verkaufen kann. Also der Ausgangspunkt ist ein fundamental anderer. Vielen Dank, das war der erste Teil unseres Massive Open Online-Kurses zu Grundlagen des Marketing. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, Sie an dieser Stelle bald wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.